vorgestern habe ich ein paar samt fuß rüblinge gefunden da habe ich auch ein foto von gemacht und heute zwei tage später möchte ich die ernten sie sind das war die tage ziemlich kalt deswegen sind die unwiesentlich gewachsen aber eigentlich haben die so schon eine ganz schöne speisegröße erreicht dann wollen wir die ernten und mal probieren wie sie schmecken weil das wäre das erste mal dass ich den pilz sammeln und bin ich gespannt wie das schmeckt und timo bist du auch neugierig wie das schmeckt deswegen heißen die sind fuß rüblinge weil die runden sohn so eine samtige farbe haben das wirkt wie samt sehr schöner pils finde ich ja leuchtet schon schön aus orange rot sieht auch lecker aus wenn da so ein kopf liegt gut dass die lassen wir wachsen vielleicht können wir da nächste woche noch mal reichlich von ernten